Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen bei Dragon Age Origins, The Awakening. Ja, wir haben es das letzte Mal geschafft, aus dem Nichts hier wieder in die echte Welt zu kommen, haben dabei ja scheinbar einer Blutmagerin, so einer kleinen Tyrannin geholfen und die hat sich mit rausgeschlichen. Da ist ja die Tante. Und das geht natürlich nicht. Die haben wir jetzt zusammen. Ich bin auch hier. Mhm, hm. Ähm. Achso, wir zwei sind. Hahaha. Ne, erklären mir das nochmal mit dem vor mir niederknien, bitte. Shall I use smaller words? I had no idea, I could enter the mortal world this way. Had I known? Oh, but I am here now, yes? Soon I will be queen, as this world deserves. And you? You will be the first of my subjects. Das glaube ich nicht, Tim. Hossa. Huh, das ist aber ganz schön ein hässliches Viech. Ja. Ganz schön hässliches Viech. Ähm, so, warte mal. Du bist anders. Geh mal anders weg. Ich mach mal... Was mach ich denn? Oh, weniger Auktion, ne? Weapons sind bereit. Du sollst bei meiner Hand fallen. Es ist für dich, der Bordensdemon. Ey, Mensch. Was macht denn dir jetzt da? Weglaufen. Doch nicht weglaufen. Mh, warte mal. Ein bisschen Glück erwische ich nur dich. Oh, noch ein bisschen Feuer, einfach weil ich's kann. Moment, die will auch was machen. Nein, 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 nein. Ich hab zwei so Eismagier. Oh, shit. Shit. Die hat widerstanden, die blöde Tanten. Ähm, was kann ich denn eigentlich noch cooles? Hm, 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 hm. Was bist denn du? Äh, wie wärst du mit einer geilen, heroischen... ...offense, hä? Und du machst mal... Keine Ahnung, was du kannst. Du machst das da. So, gibt's ein paar Bienen. So, warte mal. Was ist denn jetzt hier auf einmal passiert? Was ist denn der Scheiß? Dagegen kann ich grad nix tun. Mach weiter, Mensch. Und wie ich auf mich stolz bin. Oh, shit. Die kann das auch. ...verflexed. Äh, nein, du blöde Tante. Moment, dann muss ich mal den hier rauslassen. Ah, Justice. Justice. Dem hab ich ja hier noch gar nix reingetan. Moment. So. So. Zum Glück hab ich ein paar davon, hä? Hm, noch zweimal. Ah, jetzt. Ja, was soll's. Trink endlich was, du Verrückter. Na, das muss doch irgendwie gehen, ohne meine Leute zu treffen. So. So. Und du machst noch mal. Ach, kann ich nicht. Oh, ich brauch noch Männer, Männer, Männer. Ach so, da haben wir's schon geschafft. Na dann. Du weißt nicht, wo sie hin sind? Mit einer verdammt geilen Rüstung, sag ich dir. Ja, der Typ, mit dem du dich vorhin gerade zusammengetan hast. Hm. Das ist ein guter Punkt. Meine actions haben nicht über die Reparatur in meine Suche für Justice. Ich bin sorry. Es scheint, ich bin at a loss. Ich weiß nichts von diesem Weltkrieg, und habe nur ein paar Erinnerungen von diesem grönen Warden, die ich auszutragen habe. Ich will nicht sterben. Was soll ich tun, Mortal? Ich weiß wenig von deinem moralischen Charakter, aber du bist von diesem Welt. Sicherlich kannst du mir beantworten. Ja, so wirklich irgendwie Tipps kann ich dir nicht geben. Es ist aber nur eine Injustice, die in der Welt. Und hier, das Ding mit der Baronin da, bist du nicht mehr so böse auf mich und so? Alles klar, dann kommen wir halt mit. Ich nenne dich Christoph. Das ist nicht mein Name. Ich habe kein Name. Nur eine Virtue, an die ich auszutragen habe. Wenn ich ein Name brauchen muss, dann benutze das. Ich bin Justice. Und für heute bin ich glücklich, zu deinem Seite zu gehen, Grey Warden. Okay. Oh, zwei Level-Ups. Sehr schön. Ja. Warte mal, hat mir die Tante nicht eigentlich Blutmagie beigebracht? Das wollte ich doch zumindest haben. Moment, ich nehme sie erst mal aus. Wenn wir schon dabei sind. Schauen wir, was sie hat. Ein Schlüsselchen. Dann... Moment, ist da hier vielleicht irgendwie was, was ich lesen kann oder so? Aber die hat mich scheinbar wirklich einfach nur beschissen. Oh, nicht schlecht. Ach, du kannst die nicht nehmen, ne? Ja, Mensch. Dann... nehme ich sie halt. So? Wer nicht will, der hat schon. Ja, okay. Nachdem ich dem das hier... mehr geben kann. Lass ich den Punkt weiter offen. So, was haben wir denn hier? Ah ja, ich habe mit Battlemage angefangen, ne? Was gibt es denn hier noch Schönes? Wow, 60 schon. Cool. Ähm... Mache ich mal einen da. Einen da. Wobei, so viel Cunning brauche ich hier gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Oh ja, sehr gut. Und... hier geht es jetzt mit... Was geht es denn jetzt hier weiter? Ich weiß langsam nicht mehr. Ich weiß es langsam nicht mehr. Was ist denn das? Was bist denn du Schönes? Hm, okay. Eigentlich ganz witzig. Passiv. Oh, cool. Hm. Ach, ich mache einfach mal hier weiter. So viele... So viele Dinger kann ich irgendwann einfach gar nicht mehr verwenden. Das kriege ich doch gar nicht auf die Reihe. Also so cool das auch ist, aber... Das ist schon fast ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Man, ihr seht es ja auch. Ich nutze eigentlich immer bloß dieselben paar Dinger hier. Ne? Wieso das denn? Ach, vielleicht deswegen? Oder? Ne, endlich zeigte sich der... Feigling. So, bist du kaputt? Ach, scheiße. Jetzt hier könnte ich Nathaniel brauchen. Dammit. Ich kann jetzt nicht wechseln. Ach, da muss ich ja nochmal herkommen, habe ich so das Gefühl. Uiuiuiuiuiui. Guckt euch das an. Und noch Haufen Gold. Schaut mal, wie viel Gold ich habe. Ich könnte wahrscheinlich Griechenland kaufen. Gut. Mhm. Nix Gescheits drin. Doch ein bisschen mal drin, ne? Was habe ich denn noch? Ah, okay. Was mache ich jetzt damit? Nix. Ich habe es einfach nur gefunden und die Quest ist damit abgeschlossen. Na gut. Mal gucken, ob das wirklich so gut ist. Das ist Zweihand. Ach, Mann. Ich meine, dafür ist es wirklich nicht schlecht. Wow. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich habe keine gescheite Einhandwaffe von Justice. Ja, witzig. Uiuiuiuiui. Jetzt schnell. Egal. Äh, weiter geht's. Den Drachen. Wir haben den Drachenknochen gefunden. Den müssen wir dem Drachen mal reinstecken. Genau. Das ist ja auch das Letzte. Sehr gut. Und das machen wir jetzt auch. Drachenknochen. Wir kommen. Wir kommen. Und das mit der Blutmagie, das ärgert mich immer noch. Jetzt spiele ich wahrscheinlich hier das ganze Spiel durch. Manchmal, du tritt nicht kontrollierbar. Ja, oder? Es muss eine Interaktion zwischen mir und Christophs verdammelnden Körper sein. Es ist wie, dass du tanzen kannst. Oh, wir sollten dich auf Musik setzen. Hat es dir passiert, dass ich vielleicht selbstbewusst darüber bin, dass ich das tritt? Oh, sorry, sind Sie? Nein. Hey, hast du dieses komische, blitzige Ding auf mich geschossen, oder was? Das hat doch ganz verdächtig nach einem Drachen ausgesehen. Äh, lalalalala. Ja, dem gehen wir mal nach. So ist es Justice, dass du denn aufpasst, ha? Also, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ja. Doppelt gespeichert hält besser. Ist das ein Drachengeist? Ein Geisterdrache. Ja. Ja, krieg dich wieder ein. Meine Güte, du bist ein Schreihals. So, mal schauen, ob das funktioniert. Nein. Moment, Moment, Moment. So, warte mal, wenn der jetzt da hier hinten rumtanzt, mache ich hier mal ein wenig Spaß. Nicht weg, nicht wegfliegen, bitte. Justice needs healing. Soll er das doch mal haben? Machen wir den Scheiß aus, das bringt hier nichts. Der, ähm, trinkt mal was. Ist vielleicht gar nicht so falsch. Ähm, du. Ach. Genau. Machst dir was auf die Klinge und Bomben habe ich jetzt gerade keine. Habe ich jetzt gerade keine. So, dann. Was willst denn du von mir? Hör mal, hab ich das, das hab ich wohl schon gemacht, hä? Hm. Dann mach ich mal noch das da. Let's getrunken. Schau an das. Was ist denn da mit dem Justice los? Ach, der steht, ach, der steht ja mit Fahne, oder? Vollpfosten. Na ja, wird schon mal im Auto. Warte mal, Tante, ich glaub, du musst mal... Obwohl, dann gehen wir lieber da hin. Ähm. Der ist schon gleich tot, der ist weg. Ich bin jetzt für die Resilie. Der... Aha, ich hab die eingefroren. Hö, 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 hö. Ja, cooler Sound-Effekt, aber ich hab das Spiel gerade angehalten. Ich hab das Spiel gerade noch die Hälfte, okay. Oh, oh, hier, äh, Mel. Zack. Warum machst denn du das nicht? Hm, Mensch, der hat ganz schön was aus. Hm, Mensch, das ist zwar witzig, was ihr hier macht, aber das bringt nischt. Haut man da drauf. Du, hier mithelfen bitte. Ach, Menschenskinder, ist ja schön, dass du so fleißig hauen willst, aber... So, ihr zwei bitte hier hin. Und jetzt hier. Und du auch. So, wenn du unbedingt willst, könntest du ja da drauf hauen und keine Ahnung, was es bringt. So, du könntest jetzt auch mal langsam Mana gebrauchen, ne? Blöd. Ähm, dann hier. Kriegst du die heroische Aura. Du auch. Na super, der ist jetzt ins nichts gegangen, fett dann der Axt. Also hier helfen, los. Nein. Nein, immer noch nicht verflixt. So, jetzt haben wir hier. Ah, hier zwei Dumpf, fucking, da hin. Hey, hab ich denn gesagt, du sollst woanders hauen. Ach ja, jetzt kriegen wir noch mal hier. Oh, das hat nett gestört. Oh, Justice has been served. Aber dagegen können wir noch was tun. Ich meine, eigentlich ist er ja schon tot, ne? So. Bist du kaputt? So. Ja, der ist auch aus dem Nichts gekommen. Was hast denn du Schönes? Ach ja, an sich nicht schlecht. Oh ja, oh. Hm. Hm. Und 16 Gold. Ei, ei, ei. Ah, das ist übersichtlich. Aber damit können wir doch bestimmt mal zum Raid gehen. So, jetzt schau ich mir noch die Ausrüstung an. Ähm. Nein. Ähm. Mal schauen. Justice nicht. Was hat denn der? Der hat Willenskraft. Nee, das lassen wir mal so. Und die. Wieso werden mir hier an der Stelle jetzt zwei Dinger als ausgerüstet angezeigt? Das ist komisch. Ich habe hier das da. Wenn ich das jetzt wegmache. Haben wir trotzdem noch was angezeigt? Hä? Was ist denn das? Oh, keine Ahnung. Aber ich ziehe auf jeden Fall. Och, ist die hässlich. Och, Mensch. Das muss doch nicht sein, oder? Oh, meine Güte. Na, dann ziehen wir halt eine hässliche Mütze auf. So, habe ich irgendwas Schönes für dich? Hm. Nö, das passt so. Okay. Ach, ne, Leute. Sorry. Die, die ist zu hässlich. Das geht gar nicht. Aber dann sind wir jetzt hier durch. Dann, wenn ich die richtige Taste finden würde. Ja, Black March weg. Dann gehen wir mal wieder aufs Schloss. Vielleicht passiert ja jetzt wieder zwischendurch so eine Zufallsbegegnung. Vielleicht wird ja das mit diesem Hinterhalt gegen mich. Vielleicht wird das irgendwie mal weitergesponnen. Das würde mich echt mal interessieren, oder? Ob ich das jetzt einfach nur verkackt habe. Naja, werden wir gleich sehen. So. Das sollte einfach sein. Und wir gehen erst einmal da wieder hin. Oh, bist du in der zweiten? Als Nachfolger zum First? Mother? It comes with sweet news, I hope. Tell the mother. The First, it is dead. The Grey Wardens are gone from the marsh. Wicked, wicked Wardens. They killed the First. Killed him. Cut out the mother's heart. Ha ha ha. But was it not the mother who wished him dead? Is die eklig. I wish I wished him peace, to find the song again, to hear the sweet call. We are all lost. But the day will come when the silence ends. Oh, we sind jetzt hier los. Snowball of Death. I think the Maker, you arrived. Things are getting out of hand. My son is starving. Open the granaries. Bloody feed your people. I fear this must be the work of the conspiracy against you and the Wardens. If the common folk just rose up on their own, I'll eat my boot. Maybe you can say a few words. Calm them down. Make them see reason. Barrel, you don't coddle a revolt. You put it down. Just give me the order. Ähm. Jetzt könnte ich ja wirklich wieder der Arsch sein. Krass. Nein, wir müssen eigentlich zusammenhalten. Ich mein, so ein Arsch bin ich jetzt dann auch wieder nicht. Wir werden nicht sein. Lass den Commander sprechen. Aber wir müssen essen. Wir... Quiet! Ich die jetzt. Ich überrede so weiter. Vertraut mir einfach. Nicht believe den Commander's werten Wörtern. Wenn wir zu den Granaries kommen, können wir unsere Familien. Ich sehe, dass du... Okay, hat nicht funktioniert, so wie es ausschaut. Ähm. Puh, ja. Sorry, aber... Honest, feline, Fakadon. Ich bin... Die quatschen immer rüber, die blöde Katze. Ich glaube, ich schwimm. Ich habe es versucht. Aber wenn du in die Möbe in die Möbe geben, bist du durch die Möbe regelt. Hm. Du bist richtig, Garavelle. Beide, bevor diese Möbe begonnen hat, waren einige Nobles, die einen Audience mit dir erwarten. Ich werde in der Knie sein. Quests completed. Pass in Revolution. Aha. Ja, es hat aber nichts... Aber vielleicht kommt es jetzt ja noch. Aber Leute, ich überziehe auf jeden Fall schon wieder fleißig. Ich beende jetzt die Folge und beim nächsten Mal schauen wir dann, was da hier uns im Thronzimmer auf uns wartet. So, also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.